hallo hier ist muho aus osaka und auch heute geht es noch einmal um die frage was kann man tun wenn man nachts im bett liegt und man kann nicht einschlafen der fragesteller auf dessen frage ich auch schon beim letzten video eingegangen bin hat keine probleme beim sasen sich einfach hinzugeben zum beispiel auf die an die wahrnehmung der daumen eine stunde anderthalb stunden kein problem aber sobald er sich hinlegt und schlafen will kommen all diese obsessiven gedanken auf und sie lassen ihm keine ruhe das ist etwas was viele von uns glaube ich auch beim sasen kennen wir setzen uns uns hin wollen vielleicht abschalten mal ruhe haben und da beginnt das gedankenkarussell was man da machen kann darüber habe ich in vergangenen videos gesprochen wenn euch das thema interessiert wie geht man mit gedanken um beim sasen gebt einfach gedanken das wort gedanken ein in die suchfunktion auf meinem kanal und da werdet ihr einige videos finden heute geht es darum was macht man beim schlafen ich kann nicht einschlafen und wie gesagt ich bin kein schlafexperte und ich hatte auch selber nie diese probleme aber es ging einigen meiner dama brüder und so und ich persönlich hatte das gefühl das liegt vielleicht daran dass sie den ganzen tag über zu viel schlafen vielleicht brauchen sie ja gar nicht so viel schlaf nachts weil sie tagsüber zum beispiel während sasen genug geschlafen haben und wenn sie nachts schlafen wollen dann müssen sie dafür sorgen dass sie tagsüber wach bleiben während sie sagten nee ist umgekehrt wir tun ja unser bestes wach zu bleiben tagsüber aber es geht leider nicht denn wir konnten nachts nicht schlafen und mein meister sagte dann setz dich doch nachts auf dein meditationskissen und da kannst du vielleicht vermutlich wie immer einschlafen bei meditieren leg dich einfach hin dann bleibst du wenigstens wach wie dem auch sei was mir dabei eingefallen ist bei diesem thema vor inzwischen 15 jahren oder so kam ein erstes buch raus im rohvolt verlag sasen unter der weg zum glück das ist inzwischen in einer kompletten neu auflage im berlin verlag wieder erschienen mit dem titel der mond leuchtet in jeder pfütze und in derselben saison kam auch dieses buch bei rohvolt raus eine japanologin die glaube ich in wien unterrichtet mit dem namen brigitte steger und das buch trägt den namen in emuli in emuli ist japanisch für im sitzen schlafen oder manchmal auch im stehen schlafen und man sieht im japanischen alltag immer wieder japaner die genau das tun die zum beispiel in der bahn sitzen und schlafen oder wenn es in der rush hour ist die vielleicht sogar stehend schlafen und im unterricht an der schule ich glaube die brigitte steger berichtet sogar von professoren die während der vorlesung einschlafen aber keiner merkt es weil die studenten auch alle einschlafen und ich glaube dieses buch beruht auf ihrer doktor arbeit also das eigentlich beruht es auf seriöser japanologischer forschung wenn sowas überhaupt gibt aber sie hat da schon einiges herausgefunden viele bücher gelesen zu dem thema verglichen aber der rohvolt verlag will ja nicht nur japanologen damit ansprechen ansprechen sondern der verlag hatte wahrscheinlich die hoffnung es gibt was weiß ich mehrere hunderttausend menschen glaube ich in deutschland mit schlafproblemen das idealerweise die dieses buch kaufen denn dann wird es ein erfolg und vermutlich wurde deshalb auch dieser untertitel gewählt gewählt so wie in meinem fall sosen oder der weg zum glück interessiert sich zwar nicht jeder für sen aber alle wollen glücklich werden wenn ihr glücklich werden wollt kauft euch doch dieses buch und bei diesem buch war es ähnlich wie die japaner schlafen und was wir von ihnen lernen können und tatsächlich in den letzten auf den letzten zwei seiten schreibt dann die autorin auch das ist die allerletzte seite von inemuli lerne leicht ironisch glaube ich schreibt sie da ich möchte die leserinnen und leser einladen eine reise in das faszinierende thema der japanischen schlafgewohnheiten zu unternehmen und sich mit mir gedanken darüber zu machen ob und wie wir von diesen erfahrungen auch lernen und die ein oder andere anregung für unser eigenes leben mitnehmen können und dann folgt eine liste nämlich inemuli dient als soziale tarnkappe wenn man schläft dann ist man ja irgendwie nicht da und wenn man nicht da war dann kann man sich alles erlauben ich habe geschlafen zu dem zeitpunkt inemuli erlaubt erotische annäherung ohne sanktionen zum beispiel in der bahn wenn man neben einem hübschen mädchen sitzt man traut sich aber nicht sie anzusprechen das ist auch nicht auch nicht üblich in japan aber man kann ja so tun als ob man schläft und dann so ein bisschen in ihre richtung absacken inemuli erlaubt protest ohne sanktion es ist ja eine leistungsverweigerung aber in japan die leute die schlafen am arbeitsplatz zum beispiel die sagen dann so ähnlich wie meine dama brüder ich schlafe ja nicht weil ich faul wäre oder nicht motiviert es liegt daran dass ich so hart arbeite ich mache so viele überstunden ich arbeite so hart dass ich gar nicht anders kann als zu schlafen ich glaube das ist hier gemeint mit protest ohne sanktion arbeit dienst nach vorschriften aber keiner kann was dagegen tun denn du gibst ja vor mehr zu tun als die anderen die die wach sind die sind ja nur deshalb wach weil sie nicht so viel von sich geben wie ich zwei minuten in die muli machen fit für zwei stunden arbeit behauptet sie so hier aber ich glaube nicht dass das auf irgendwelchen wirklichen daten beruht mit inemuli obwohl es natürlich powernap gibt und so weiter aber wie dem auch sei mit inemuli kann man sich auf wichtige termine vorbereiten inemuli überbrückt langeweile inemuli reduziert alzheimer behauptet sie wer in die muli in der muli betreibt lebt länger aber er schläft ja auch länger also die frage wäre dann was hast du von dem extra lebenszeit inemuli macht munter naja wenn man dann aufgewacht ist vielleicht inemuli reduziert stress das könnte ich mir tatsächlich vorstellen inemuli zeigt wie sehr sich jemand für die familie firma schule einsetzt genau das ist diese japanische logik ich schlafe ja nur weil ich so viel tue für euch inemuli macht aus einem tag zwei oder mehrere weil man ja den tag damit unterteilt und es geht noch ein bisschen weiter aber ich lese das jetzt nicht alles vor weil es nicht direkt mit dem thema zu tun hat und wie wie gelingt es einem denn dann auch tatsächlich während des tages einzuschlafen das ist ein thema über das der hitoshi nagai schreibt in diesem buch penetre und ich und vor ungefähr fünf jahren habe ich dieses buch übersetzt und dann auch zu dem zeitpunkt ausführlich hier auf diesem kanal besprochen ich werde links zu dem alten video in den abspann platzieren auf der seite 71 findet man ein kapitel mit dem titel was tun wenn man nicht einschlafen kann und wie gesagt der autor nagai hitoshi kennt es aus eigener erfahrung er hat zunächst mit sase begonnen und dann später mit vipassana um irgendwie mit diesen schlafproblemen zurecht zu finden und er sagte sich selbst wenn ich dann meine schlafprobleme nicht lösen kann dann habe ich wenigstens zeit nachts um zu meditieren ist ja auch was dieses buch ist ein zwiegespräch zwischen einem siebtklässler und seinem kater mit dem namen penetre und zunächst spricht hier der mittelschüler der siebtklässler manchmal schläft man ein obwohl man es gar nicht will so wie beim inemuli und manchmal will man einschlafen und man kann es nicht so wie der fragesteller um dessen frage es heute geht wie kommt das und penetre der kater antwortet seltsam nicht wahr passiert dir das auch dass du nicht einschlafen kannst und der siebtklässler sagt ja natürlich je mehr ich dann darüber nachdenke warum ich nicht einschlafen kann desto weniger gelingt es aber dann ganz plötzlich bin ich doch eingeschlafen wie von selbst das ist doch merkwürdig und der kater erwidert manche dinge im leben wird man nie aus eigener kraft schaffen und das hat jetzt auch was mit wuwei dem nicht tun zu tun und einschlafen ist auch ein paradebeispiel von wuwei du kannst es nicht machen der fragesteller sagt beim sazen gelingt es mir immer aber beim schlafen gelingt mir dieses wuwei nicht ich kann mich nicht einfach hingeben und dann schläfts einfach sondern bei dem klappt es einfach nicht und so geht es auch diesem siebtklässler der kater sagt das einschlafen ist dafür das beste beispiel wenn du schlafen willst gehst du ins bett danach bleibt dir nichts mehr zu tun übrig du kannst nur noch auf den schlaf warten irgendwann schläfst du dann auch tatsächlich die zeit sorgt dafür du musst nur geduld haben wenn du aber versuchst beim einschlafen nachzuhelfen verhinderst du es garantiert wer unter schlaflosigkeit leidet der kann etwas über das leben lernen denn das einschlafen ist nur eines von vielen dingen für die gilt das beste was du tun kannst ist gar nichts tun und es geht noch weiter aber leider haben wir heute nicht die zeit dafür wie so oft zeitgrenze deshalb ich komme noch morgen noch einmal auf das thema zu tun zurück ein letztes mal was kann man tun wenn man nicht einschlafen kann am besten gar nichts sagt der kater aber wie geht das die mache ich gar nichts gar nichts machen ist die schwierigste sache der welt dann wirst du gucken ich freue mich auf eure kommentare habt einen schönen tag